Das ist ja Artillerie. Das ist alles verloren. Im Norden steht der Rose kurz vor der Weidendammerbrücke. Im Osten, am Lustgarten, im Westen, im Tiergarten. 300 bis 400 Meter vor der Reichskanzlei. Ich werde niemals kapitulieren. Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf. Der Führer hat wirklich einen Sinn für die Realitäten verloren. Ich verließe an, verlassen Sie Berlin. Wir können ihn doch nicht alle einfach so allein lassen. Mit dem, was den Führer erwartet, braucht er niemanden. Aber der Herr Goebbels und seine Frau bleiben doch da. Die Kinder ja auch. Aber die Kinder. Ob du diesen Brief erhältst, weiß ich nicht. Unsere Idee geht zugrunde und mit ihr all das, was ich Schönes und Gutes in meinem Leben gekannt habe. Die Welt, die nach dem Nationalsozialismus kommt, ist nicht mehr wert darin zu leben. Und deshalb habe ich auch die Kinder hierher mitgenommen. Trink, trink! Wir müssen raus aus Berlin, Eva. Du musst ihn überzeugen. Die Lebensmittelversorgung von Berlin wird zusammenbrechen. Herr Goebbels! Habt ihr denn noch immer nicht begriffen, der Krieg ist verloren, es ist zu Ende! Warum wollen Sie weiterleben? Und Sie? Warum wollen Sie so unbedingt sterben? Ich muss Ihnen sofort mein Testament diktieren. Ich tippe gerade das Testament des Führers. Was soll denn jetzt werden mit uns? Ich kann nicht mehr. Es kann jeden Tag und jede Stunde mit uns zu Ende sein. Der Führer selbst hat jeden Glauben an einen glücklichen Ausgang verloren. Deine Schwester. Versuchen Sie noch rauszukommen. Versprechen Sie es mir. Das Volk hat dieses Schicksal selbst gewählt. Jetzt wird Ihnen eben das Hälschen durchgeschmitten. Sie waren das Zauber in Ihrem eigenen Blut! Morgen schon werden mich Millionen verfluchen. Aber das Schicksal wollte es nicht anders. Ich habe einen Schloss in Ihrem Blut! Vielen Dank.